Wo an Heiligabend aus dem Regen Schnee wird, schauen wir uns jetzt an. Selten war das Wetter über die Weihnachtstage ja so spannend wie in diesem Jahr. Wir haben hier tatsächlich eine Luftmassengrenze, die liegt an Heiligabend etwa vom Emsland bis nach Berlin. Nördlich davon wird sich die Kaltluft durchsetzen, aber erst am Nachmittag vorher kann es hier auch nochmal regnen. Und genau zur Bescherung zum Heiligen Abend können hier in Mecklenburg-Vorpommern an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste teilweise bis zu fünf Zentimeter Schnee liegen, etwa von Hamburg bis nach Berlin maximal null bis zwei Zentimeter. Da ist es eben einfach noch vorher zu mild und da regnet es auch größtenteils noch. Und am Vormittag schiebt sich der Regen sogar noch ein bisschen weiter nach Nordosten. Erst am Nachmittag kommt dann die Kälte mit dem Schnee zurück. Es ist auch örtlich gefrierender Regen möglich, also Glättegefahr. Ansonsten hier über der Mitte Deutschlands ein trockener Streifen. In Süddeutschland Regen, außer direkt am Alpenrand. Da gibt es dank Föhn noch ein paar Aufhellungen. Die sind aber dann auch verschwunden am Nachmittag. Es bleibt auch hier über der Mitte der trockene Streifen mit ein paar Wolkenlücken. Und dann kommt die Kaltluft wieder zurück. Etwa bis zur Elbe kommt sie voran. Das heißt, nördlich geht das Ganze in Schnee über. Dann gibt es die Zone mit dem Glatteisregen, wo es sehr gefährlich sein kann. Deswegen auch hier das Warnschild. Und hier frischt der Ostwind wirklich stramm auf im Nordosten Deutschlands. Es gibt praktisch in ganz Deutschland so gut wie keine Sonne. Lediglich am Alpenrand bis zu drei Stunden mit den föhnigen Aufhellungen am Vormittag. Die Temperaturen sehr unterschiedlich im Nordosten. Gerade mal ein, zwei Grad. Im Südwesten dagegen, wo die mülde Luft ist, bis zu zehn. Ja, und diese Temperaturgegensätze und die Wettergegensätze, die bleiben uns auch am ersten Weihnachtsfeiertag erhalten. Dann haben wir hier am Nordrand dieses Niederschlagsgebietes eben den Schneefall. Im äußersten Norden und Nordosten ist es trocken und sonnig. Ansonsten im Süden ist es einfach der Regen in der milden Luft. Das sehen wir hier nochmal über der Mitte Deutschlands. Die Gefahrenzone im Übergangsbereich von kalt zu mild. Und die Temperaturen minus vier bis plus zehn Grad.